Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, was aber heute, den 3. Mai 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1191 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. ColorOS 12, Abos, Nintendo, NFC und Bing. Ich starte gleich mal zu alleres mit ColorOS. OPPO, dessen Aufklatsch auf Android, nennt sich ja ColorOS und da kommt eins nach dem anderen. Also die Updates meine ich. Einige sind schon draussen. Vom diversen A-Modellen über Renault 6-Modelle, über das X2, also Find X2 und das X3-Modell. Die genaue Liste findet ihr auf daily.detoc.ch und oder im Podcast, für euer Vertrauens zum Anklicken und Durchlesen. Und in diesem Monat dazu kommt das Find X2 Neo und das Find X2 Lite. Also zwei ältere Geräte, die jetzt auch das Update auf Android 12 und eben ColorOS 12 bekommen. Gratulation, falls du dazu gehörst. Dann haben wir Neuigkeiten noch von den Quartalszahlen von Apple. Nach den ganzen anderen Zahlen, die wir schon durch hatten, kommt jetzt noch eine weitere Zahl hinzu. Apple hat nämlich bekannt gegeben, wie viele bezahlende Abonnement-Kunden das sie haben. Es wird nicht gesplittet nach Apple Music, Apple TV, Apple Fitness und was auch immer. Nein, es gibt eine gesamte Zahl und die liegt bei 825 Millionen. Das klingt nach sehr viel. Ist es auch, vor allem wenn man es dann noch vergleicht mit dem, was vor einem Jahr war. Das sind nämlich 165 Millionen mehr. Das heisst, Entwachstum von 25% seit dem letzten Jahr. Ja, Ende diesen Monats wird es für mich auch soweit sein. Mein Apple TV Plus läuft aus. Das Monat kostenlose Apple Music läuft aus. Dann noch ein paar andere Dinge und vielleicht gibt es Apple One dann für mich. Mal schauen, was ich mir denn da zusammenklicke. Also für die Familie natürlich insgesamt, nicht nur für mich. Weiter geht es mit Nintendo. Die rechnen mit sinkenden Zahlen für die Switch. Das haben sie bekannt gegeben am Quartalsergebnis, die nicht schlecht waren. Aber man hat vorgewarnt, in Anführungs-Schlusszeichen, dass es nur 20 Millionen Einheiten geben werde, welche in diesem Jahr noch abgesetzt werden. Das heisst, insgesamt im Vergleich zum 21 wäre das 10% weniger. Das liegt nicht am Nachfrage der Kunden oder potenziellen Kunden. Das soll anscheinend daran liegen, dass die Halbleiterkrise aktuell noch rundum geht. Und Nintendo auch grosse Probleme hat, an Einzelteile zu kommen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird, wenn man so in Richtung Singapur, Shanghai etc. blickt. Und da sieht was da alles für Schiffe warten. Das könnte mal noch ziemlich unschön werden in diesem Jahr. Nun ist es offiziell. Die EU hat Beschwerde eingereicht. Apple ist böse, sagen sie, weil sie den NFC-Chip im iPhone nicht freigeben für andere Bankenlösungen usw. Ja, Apple muss jetzt Einspruch erheben und dann geht es in Richtung, wo man sich finden muss. Ich hoffe ganz schwer, dass das nicht geöffnet wird. Weil, ja, ich mag es halt einfach, dieses Wallet-Garden, vor allem Wallet-Garden im Sinn von Sicherheit, dass da nicht alles mögliche andere mit passiert. Apple hat ja seine NFC-Schnittstellen schon stärker, also stark kann man nicht sagen, aber hat es aufgebohrt, sodass zum Beispiel die ganzen Yubi-Keys und Suchgeschichten funktionieren oder die Visitenkarten mit NFC und so weiter. Aber für die Bezahlgeschichten und eben den sicheren Abwicklung, den sicheren Verbleib auf dem Chip etc. ist, so wie Apple sagt, das Ganze wichtig, dass es geschlossen ist. Ob es dann wirklich so ist und oder ist mir eigentlich egal. Ich will das nicht anders. Aber das bin ich und andere Ticken anders. Übrigens, es könnte sein, so wie es aktuell ausschaut, dass die EU auch noch weitere Dinge fordern will oder wird mit Drittanbietern, also mit der Möglichkeit, dass Drittanbieter Bezahllösungen in den Store kommen, dass iMessage auch auf anderen Plattformen läuft und so weiter und so fort. Ach ja, das böse Side-Loading. Wir hoffen nicht, liebe Margarete Westager. Nee, ich habe gestern einen Tweet abgesetzt. Das muss wirklich nicht sein. Aber wir werden es sehen, wenn es dann soweit ist. Dann geht es noch zuletzt mit einem kurzen Thema in Richtung Bing, also Microsoft. Da kann man, wie auch bei Google und bei anderen Suchmaschinen, Dinge anmelden, was nicht da reingehört. Das heisst, wenn Dinge von euch, also Content von euch geklaut wurde, Webseiten etc., weiss ich was immer, kann man das melden, dass das eben nicht im Index verbleibend zu hat und dass es nicht mehr auffindbar ist über die Suchmaschine. Und die Zahl hat sich anscheinend ganz stark gesteigert bei Bing. 143 Millionen Links wurden aus dem Index gelöscht. Microsoft selber spricht davon, dass knapp 99% der Beschwerden auch durchgegangen sind. Also wahrscheinlich sind es dann knapp 144, irgendwas 45 oder keine Ahnung was. Jetzt müsste ich Kopf rechnen. Ich hätte gar nicht am besten damit beginnen sollen. Viel zu früh am Morgen. Ja, auf jeden Fall, ganz viele der Links wurden gelöscht. Und das ist auch gut so, wahrscheinlich. Denke ich doch mal ganz schwer. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt einen besseren Start in den Tag. Wir hören uns bald wieder, hoffe ich doch. Und ja, bis dann. Euer Poughkeepsie. Habt einen erfolgreichen und schönen Tag. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.